Ich habe mich an der UAE-Oberschule in die Superheldenabteilung eingeschrieben, die schon zahllose Superhelden hervorgebracht hat, und laufe schnurstracks meinem Traum hinterher. Ich werde der stärkste Superheld, der andere mit einem Lächeln rettet, egal welchen Schwierigkeiten er sich stellt. Strebt bei diesem Sommercamp nach noch größeren Höhen. Plus Ultra. Auf geht's, Klasse A! Ja! Steht nicht hinter Klasse A zurück. Auf geht's, Klasse B! Egal, was ihr tut, seid euch immer eures Ausgangspunkts bewusst. All Might hat mir seine Spezialität vermacht, was ich überhaupt nicht verdient habe. Ab jetzt hängt alles allein von meinem Einsatz ab. Unsere Schwachfiguren und die Borte haben sich am Zielort versammelt. Schuldig gesprochen werden sie von uns, dem Auftaktaktionstrupp der Schurken-Liga. Dann heißt es jetzt wohl Game Start. Überfall durch zwei Schurken. Es könnten noch mehr sein. Das ist furchtbar. Ich habe keinen Bock mit Typen abzuhängen, die Superhelden werden wollen, klar? Oh nein, Toter! Lass mich dich fertig machen, um in Fahrt zu kommen. Okay. Das ist alles gut. Ich werde dich um jeden Preis retten. Lasst euch in diesen Wirren nicht umbringen. Köken. Hoffentlich kannst du sie alle beschützen. Du willst ihn also um jeden Preis retten? Und wie? Du willst ihn doch retten, oder? Erinnere dich an deinen Ausgangspunkt!